So, ein wunderschöner Sommertag. Darren, hast du dich eingekrimmt? Ja, mach ich grad. Faktor 5. Darren, du bist doch nett aus Mosambik. Hier. 70? Ja. Da werd ich ja nie braun. Das ist wie Lackfarbe. Braun gebrannt heißt Sonnenbrand. Also, es gab keine Burgerbrüche mehr, darum hab ich Vollkornbrot genommen. Es gab keine Grillsoße mehr, Marmelade muss reichen. Ich mach einen Salat. Ah, stopp mal kurz. Wenn du einen Salat machst, isst du niemand. Du machst Frissrattefolie drüber, stellst ihn in den Kühlschrank. Fünf Tage später schmeißt du mir ihn weg. Ist gut, ich fang an. Jetzt schaut euch das mal an, ne? 10 Burger für 5 Euro. Dein Papa ist ein ziemlicher Schnäppchen-Nigger, Darren, ha? Das ist eine Bodenbratlänge, Dad. Ach, verdammt. Es ist 11 Uhr, ich schmeiß jetzt deinen Bruder aus dem Bett. Vergiss nicht die Sonnencreme, Paddy. Ich krieg keinen Sonnenbrand, ich werd nur braun. Jetzt schmeiß ich mal den Grill an, ja? Dad, sollen wir den nicht erstmal putzen? Ah, nein, 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 der Rost bringt Aroma, Darren, ne? Ja, ja, die Pugelscheiße auch. Oh, es ist kalt, erinnern. Mach mal den Ofen. Guck mal, wir haben 30 Grad. Ich weiß, aber die Gefühle, Kälte. Lange mal meine Hände, oh, Eis zapfen. Oh, kleiner Bruder, die Sonne scheint. Mit Lust auf ein Bierchen und draußen abhängen? Nein, danke, Tom. Na gut, dein Pech, Kleiner. Wenn mich jemand sucht, ich bin im Garten und übe mein Capoeira. Eiswaden, Eiswaden. Ah, nein, 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 das ist nicht der Eiswagen. Das ist ein Krankenwagen, ja? Was? Ja, irgendjemand ist sehr krank, verstehst du? Und jetzt lass mich. Hat jemand die Tennisschläger gesehen? Oh, die sind im Busch, wo sie letztes Jahr lassen haben. Ah, sehr gut. Hol zwei Mülltonnen, ein Verlängerungskabel, ja? Wozu das? Das Netz, Darren, das Netz. Wir haben noch gar keine Bälle. Ah, kein Problem, ich hab noch zwei Golfbälle im Gebüß gefunden. Golfbälle? Ah. Darren, wenn du rausgehst, hör gern zu ner Hut auf. Oh nein, ich will keine. Du setzt ner auf. Ja, ja. Lang bei Händen, oh, Eis zapfen. Ah, jetzt, Darren, sag mal, was hältst du davon? Ah, es ist roh. Ja, die Baridare, Darren, die Baridare, was hältst du davon? Ah, ich weiß nicht, es ist roh. Ah, verdammt, normal, ich stehe seit einer Stunde am Grill. Schalt den Ofen ein. Paddy, hast du deinen Schädel einkriegt? Ah, Darren, vor zwölf kriegt man keinen Sonnenbrand. Oh mein Gott, ich bin jetzt total verkohlt. Hol dir Aloe Vera, dir Aloe Vera. Weißwagen. Oh mein Gott. ARD Text im Auftrag von Funk